Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es darum, wir wollen uns eine intelligente Türe basteln. Und zwar, warum wollen wir das machen? Wir haben doch hier schon mal so eine intelligente Türe. Naja, wenn wir hier auf Play drücken, wenn wir hier reinlaufen, dann schwingt diese Türe auf. Das ist zwar ganz schön und gut, aber wenn wir das Ganze jetzt hier für diese Türe auch noch machen wollen, dann müssen wir das Ganze hier nochmal coden. Also ich zeige euch nochmal ganz kurz, was wir hier gemacht haben. Aber wir hatten hier für die Türe sowas gemacht. Apropos, diese Kommentare, die kann man machen, indem man alles markiert, was man markieren möchte und dann einfach C drückt und schon kann man hier einen Kommentar dafür packen. Wenn man das zweimal macht, dann kriegt man, wie ihr hier seht, einen Kommentar und das Kommentar drumherum. Das heißt, das kann man so oft machen, wie man möchte. Einfach nur C, kein Steuerung oder sowas. Ähm, ja. Okay, was wir hier haben, ist ein Level Blueprint. Der gilt für das ganze Level, aber man muss jede Komponente einzeln animieren. Das ist ein bisschen nervig, vor allem, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein riesiges Gebäude animieren möchte. Und dieses Gebäude hat, sagen wir mal, 200 Türen. Das ist nicht unüblich für ein normal großes Level, sag ich jetzt mal. Also, wenn ich mir so verschiedene Games angucke, da gibt es mehr als 200 Türen drin. Und wenn ich jedes Mal für jede Türe diesen Effekt hier schreiben müsste, dann würde ich irgendwann wahnsinnig werden. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte es nicht machen. Kostet ja auch Zeit und Geld. Gut, was man stattdessen macht, ist folgendes. Man baut dieses ganze Ding einmal und dann muss man es nur noch einfach reinziehen als ganz normale Türe und hat schon alles, was man braucht. Das ist sozusagen der Trick dabei. Okay, jetzt fangen wir mal an, dieses Ding hier zu bauen. Wir wollen uns jetzt um diese Türe hier kümmern. Dasselbe könnt ihr natürlich auch mit dem Licht machen, das wird dann eure Übung sein. Wir wollen uns jetzt hier diese Türe bauen als Class Blueprint. Class Blueprint bedeutet, wir werden nachher im Content Browser unter Blueprints, werden wir Sachen sehen, die wir einfach nur reinziehen können und schon haben wir alles fertig mit diesen coolen Effekten. Also, wenn wir reinlaufen, dann schwingt die Türe auf. Dann müssen wir dann gar nichts mehr coden, sondern nur ein einziges Mal für diesen Blueprint. Dazu gehen wir erstmal unter Mode, äh, ne Quatsch, unter Content Browser, bleiben wir einfach mal. Ähm, gehen unter Content und jetzt hier oben, ist eigentlich egal, wo ihr da drüben seid, unter Blueprints, New Empty Blueprint Class. So, dann fragt ihr euch, was möchtet ihr denn für ein Objekt als Parent Class haben? Möchtet ihr, dass das Ganze ein Actor wird, was eure Türe sein sollte? Ähm, ein Porn, was das alles ist, werden wir noch alles behandeln. Ähm, jetzt machen wir uns erstmal ein Actor. Ein Actor ist einfach ein schick normales Objekt, das man ins Level reinpflanzen kann und das dann irgendwelche Funktionen hat. So, wir nehmen jetzt hier diesen Blueprints Ordner. Das macht am meisten Sinn für mich, da hätte ich ganz gerne meine Blueprints drin. Der wird auch automatisch für euch angelegt. Ihr seht's, ich hab ihn hier noch nicht. Der wird mir automatisch angelegt. Und jetzt nennen wir das Ding einfach mal intelligente Türe. So, klicken auf OK und jetzt landen wir hier drin. Ich mach das mal ein bisschen größer. Da werden wir jetzt ein bisschen drin arbeiten. Das sieht jetzt erstmal komplett komisch aus. Wo ist mein Level hin? Naja, ihr müsst überlegen, ihr erstellt euch gerade ein Objekt, das nichts mit eurem Level zu tun hat, sondern dass ihr am Schluss, wenn es fertig ist, wie ein neues Objekt aus dem Content Browser, also von hier, da reinziehen könnt und dann ist es komplett fertig. Gut, jetzt gehen wir mal wieder zurück auf unseren, wo ist er denn jetzt hin? Da ist er. Okay, so, jetzt wollen wir hier einfach nur diese wunderbare Szene so ein bisschen, ja, füllen, sagen wir es mal so. Also da soll jetzt unser Objekt reinkommen. Was wir jetzt machen, ich mach das doch wieder ein bisschen kleiner, wir ziehen uns aus dem Content Browser Sachen hier rein. Das heißt, wir gehen unter den Starter Content oder eigentlich ist es mir zu umständlich. Ich wähle mir die Türe hier an und dann klicke ich auf die Lupe. Dann lande ich in dem Ordner, wo ich hin möchte. Und ich möchte gleich mal noch den Door Frame mit reinziehen. Mit dem fangen wir jetzt an. Das ist sozusagen mein größtes Element. Nein, es ist eigentlich nicht das größte Element. Ups, das war natürlich doof. Da ist die Türe. Okay, jetzt habe ich es. Wir müssen hier diesen Door Frame reinziehen oder wir wollen diesen Door Frame reinziehen. An dem soll sich dann die Türe orientieren und aufschwingen. Und all das werden wir hier drin machen. So, jetzt sehen wir hier unten diesen komischen Bobbel. Den wollen wir nicht. Das ist aber unser Root Element. Das ist quasi das, wo euer Fuß gefasst wird. Wir wollen jetzt aber, dass dieser Door Frame unser Root Element wird. Also ziehen wir das einfach per Dragondrop hier drauf. Und dann haben wir diesen komischen Bobbel hier nicht mehr, sondern sehen nur noch unseren Door Frame. So, als nächstes ziehen wir einfach die Türe hier rein und passen die schön hier an, so dass das alles super passt. Jetzt können wir hier, hier lohnt es sich auch tatsächlich mal sehr akkurat zu sein, denn das wird ja später alles, ja, sozusagen ineinander für immer sein. Und jedes Mal, wenn wir es reinziehen, dann ist das genau so. Deswegen, hier lohnt es sich. Das werdet ihr 200 Mal oder so was in euer Level ziehen und dann könnt ihr da ruhig auch akkurat damit umgehen. Okay, so, die anderen beiden Sachen hier, also Viewport, da modelliert ihr das Ganze dann im Construction Script. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen und Event Graph werden wir gleich noch im Anschluss machen. Okay, so, jetzt haben wir die Türe hier eigentlich modelliert und ich habe eine E-Mail bekommen, wie ihr gehört habt. Jetzt wollen wir aber, dass da irgendwas noch passieren kann. Und was wir machen, damit hier irgendwas passieren kann, ist, wir gehen hier auf Add Component und scrollen ein bisschen tiefer. Hier unten finden wir Collisions. Es gibt eine Capsule Collision, keine Ahnung, wozu die gut ist, aber wir wollen eine Box Collision. Eine Box Collision bringt uns viel, weil wir ja genau, wenn wir in dieser Box drin stehen, dann wollen wir, dass es ausgelöst wird. So, und jetzt passen wir das so ungefähr an, dass wir als vor der Türe stehen definieren können. Also, wenn wir hier reinlaufen, dann soll die Tür für uns aufschwingen. Ich mache das mal noch ein bisschen größer. So, jetzt sieht das schon ganz gut aus. Das haben wir in etwa auch hier drüben gemacht. Nur, wenn wir es nach der Art und Weise hier machen, dann müssen wir es jedes Mal machen. Wenn wir es so machen, müssen wir es nur ein einziges Mal insgesamt machen. Das ist das Coole dran. Okay, achtet da drauf, hier ist schon alles automatisch auf Movable gestellt, weil das ganze Objekt hier oder Unreal denkt, wenn ihr einen Blueprint erstellt, dann muss natürlich auch irgendwelche Funktionalität dahinter sein. Sonst hättet ihr gleich einfach ein Static Mesh reinziehen können, dann wäre es das gewesen, was ja auch irgendwie korrekt ist. Okay, jetzt gehen wir mal auf den Event Graph und hier sehen wir schon, ah, wir sind wieder in unserem Blueprint. Das kennen wir so ein bisschen. Das hier war irgendwie so ein bisschen ungewohnt, aber das ist quasi, wie das Objekt als 1 aussehen soll. Hier sind quasi mehrere Objekte auf einmal drin. Brauchen wir aber alles nicht. Oder wollen wir natürlich haben, aber brauchen wir uns nicht weiter drum kümmern. Das hier mache ich erstmal weg. Brauchen wir eigentlich auch nicht so. Jetzt, was wir haben wollen ist, sobald wir in diese Triggerbox, ups, wir sehen das ganze Ding noch nicht, sobald wir in diese Triggerbox hier reinlaufen, in die, die ich jetzt gerade markiert habe, dann soll die Türe aufschwingen. Okay, also gehen wir hier her. Und jetzt können wir natürlich hier nichts auswählen. Das wäre ein kompletter Fail, wenn wir hier was auswählen, denn das hier ist tatsächlich schon in der Welt drin. Das, was wir hier modellieren, das gibt es noch nicht in der Welt. Das wird es aber später mehrmals geben. Aber wir müssen sozusagen lokal bleiben. Das heißt, wir nehmen uns hier diese Box, machen einen Rechtsklick und ziehen uns den Event über Collision. Und wenn wir reinlaufen, Begin Overlap, dann soll was passieren. Ihr seht, hier hat es noch ein paar mehr Funktionen, die wir aber alle eigentlich gar nicht brauchen. Wir wollen jetzt einfach nur hier diese Timeline wieder kreieren. Also, und ich probiere gerade mal was. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir gehen jetzt einfach mal hier unter den Level Blueprint. Ihr seht, hier oben öffnet sich das Ganze als zweiter Tab. Ich kopiere mir das hier einfach mal. Mal gucken, ob das hier übertragbar ist. Schade, hätte klappen können. Okay, also müssen wir von selber oder von Hand wieder modellieren. Wir erstellen uns also hier eine Timeline. Suchen wir einfach mal danach. Timeline, Add Timeline, hier unten. Klicken doppelt drauf. Wobei ich möchte das Ding eigentlich erst noch gerne umbenennen. Rename. Wie nennen wir es? Türe. Ne. Rotation Animation. Sowas in der Art. Okay, so was wir jetzt machen ist, wir animieren wieder mal unsere Fließkommazahl. Und zwar die Zahl, die darstellt, wie weit oder wie viel Grad ist das Ganze jetzt rotiert. Wir hatten das letzte Mal gesagt, wir wollen drei Sekunden lang, dass die Türe drei Sekunden braucht, bis er aufgeschwungen ist. Jetzt adden wir einen Key an der Zeit 0 und dem Wert 0. Und wir adden einen Key an der Zeit, ups, an der Zeit 3 mit dem Wert 120. So, wem das jetzt gerade zu schnell ist, beziehungsweise ich zu wenig erkläre, ich habe dazu schon Videos gemacht, wie das Ganze funktioniert. Das ist wirklich jetzt nur noch für den Class Blueprint zusammengepackt. Und ich würde euch bitten, das einfach dann in den Videos in der Playlist nachzugucken. Wir können das hier wieder schließen. Jetzt haben wir hier die New Track 0, die wir hier rausziehen. Und wir wollen das, was war das? Wir wollen hier einen Rotator draus machen. Rotator. Make Rotator. Genau, das hier hätte ich ganz gerne. So, jetzt wollen wir das allerdings nicht als Roll haben, sonst sieht das nachher sehr witzig aus, sondern als Ja, als Z-Wert. Wir nehmen uns jetzt einfach, also diesen Wert hier, diesen Return Value und setzen die Rotation dafür. Wir nehmen jetzt aber hier erstmal die Türe, denn ansonsten werden wir gleich sehen, wir haben, wenn wir hier das hier machen, ich kann es euch gerade mal kurz zeigen. Wenn wir hier Set Rotation eingeben, Rotation, dann haben wir hier extrem viele komische Dinge. Und wir müssen uns hier raussuchen, was wir gerade machen möchten. Es ist einfacher, wenn wir hier uns diese SM-Dol hier reinziehen und von der quasi sagen, okay, wir hätten ganz gerne, dass wir die Rotation von der Türe setzen. Und dann kriegen wir hier plötzlich sehr, sehr viel weniger zur Auswahl. Wir wollen jetzt die World Rotation setzen. Und zwar auf den Return Wert von unserem Make Rotator, von unserer Make Rotator Funktion, die diesen animierten Kram hier benutzt. So, ich ziehe das mal ein bisschen hier runter. Denn das hier soll ja jedes Mal ausgeführt werden, wenn wir diese, wenn diese Rotation Animation ein neues Update liefert, sprich bei jedem Frame soll dieses Set Rotation aufgerufen werden und diese Rotation Animation soll executed werden, wenn unsere Box overlapped. So, und natürlich Reverse, das Ganze hier über Collision, Add-on Component and Overlap, also quasi rückwärts ausgeführt, Reverse, wenn der Overlap zu Ende ist. So, das ist jetzt wieder mal meine Animation von der Türe. So, und wenn wir soweit sind, dann können wir hier einfach auf Compile klicken. Schon ist alles quasi fertig und ihr könnt hier auf, achso ja, wir haben noch kein Objekt davon kreiert. Wir können jetzt einfach mal hier auf Save klicken und dann können wir in unserem Content Browser hier unter Content Blueprint finden wir unsere intelligente Türe. Die stelle ich jetzt einfach wie ein normales Objekt hier per Drag & Drop rein. Und ihr seht, das hier außen ist unsere Triggerbox, also da sieht man dann auch, was für eine Triggerbox wir haben. Und das hier ist der Doorframe und das innen drin ist die Türe, die quasi aufschwingen kann. So, jetzt probieren wir das einfach mal aus, wenn wir hier auf Play drücken, was dann passiert. Wir schweben hier mal so an der Seite vorbei und ihr seht, die Türe schwingt auf und sie schwingt wieder zu. Und das Tolle ist, ich muss das jetzt nicht, ja gut, die Türe schwingt auch auf, aber das wollten wir eigentlich gerade nicht. Und das Tolle ist, ich muss das jetzt nicht nochmal jedes Mal neu animieren, sondern wenn ich jetzt einfach noch eine Türe brauche, dann ziehe ich mir hier noch eine Türe und noch eine Türe und noch eine. Bis wir genug Türen haben, damit alles voll mit Türen ist und die ganzen Türen, die schwingen alle automatisch auf, wenn wir an denen vorbeischweben, was irgendwie ziemlich cool ist. Also es erspart euch enorm viel Arbeit und ja, ihr könnt Spaß haben sozusagen. Gut, das war es von meiner Seite wieder, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.